Das Autohaus Franz Bader ist seit über 90 Jahren ein inhabergeführtes Familienunternehmen und ihr offizieller Ford-Händler seit 1935. Kundenservice wird hier groß geschrieben. Vom Neu- und Gebrauchtwagenverkauf über das Versicherungsbüro bis hin zu Reparatur- und Diagnosecenter. Unsere Dienstleistungen geben Ihnen und Ihrer Familie die nötige Sicherheit für die Straße. Schauen Sie noch heute in unserem Showroom vorbei. Autohaus Franz Bader – Alles aus einer Hand